Hallo und herzlich willkommen in der Pfalzbibliothek. In diesem Video tätigen wir gemeinsam eine Vorbestellung. Noch ein Hinweis. Sollten die Schritte für Sie zu schnell hintereinander folgen, haben Sie die Möglichkeit, das Video zu pausieren, das Video erneut anzusehen oder die Redegeschwindigkeit des Videos generell zu verlangsamen. Bevor es losgeht, müssen Sie sich über diesen Button in Ihrem Konto anmelden. Im Anschluss suchen Sie über den Suchbutton nach dem gewünschten Medium. Wenn Sie das Medium Ihrer Wahl gefunden haben, klicken Sie auf den blauen Titel. Rechts unten befindet sich der Button Vorbestellen. Drücken Sie darauf und wir in der Bibliothek erhalten eine Information, dass Sie das Buch oder das Medium zum nächstmöglichen Zeitpunkt haben möchten. Wichtig, bestätigen Sie Ihre Vorbestellung. Um eine Übersicht über alle Vorbestellungen zu erhalten, klicken Sie auf Konto und dann auf vorbestellte Medien. Im oberen Bereich sind die Medien ausgeführt, die Sie vorbestellt haben, die aber zum Beispiel noch entliehen sind. Diese Vorbestellungen können Sie mit einem Klick auch wieder stornieren. Klicken Sie dazu auf Vorbestellungen löschen, dann ist die ganze Liste weg oder Sie wählen einzelne Titel aus. Im unteren Bereich finden Sie die Medien, die zur Abholung bereit liegen. Diese Vorbestellungen können Sie nicht über den Open rückgängig machen. Sollten Sie die Medien nicht mehr benötigen, schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie uns an. Sie haben ein Buch gefunden, das Sie erst später entleihen möchten, dann empfehle ich Ihnen die Merkliste. Dazu gibt es ein separates Video. A la hop, ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Weitere Erklärvideos finden Sie im Open Portal oder auf unserem YouTube-Kanal.